Wir werden sitzen auf Boden mit allen CID-Kontakten, riesiger Galo oder alles mehr wert. Der einzig Wahle. Du hast von mir gehört? Doch die Geister von Blattdicht schafft man von Gerechtigkeit. Diese verdammten Tiere! Wir sollten der rüber in Galo umdrehen! Scheiße, wie das ist jung! Du musst dich jetzt zusammenreißen, und zwar sofort. Wir dürfen uns keine Fehler leisten. Du solltest lernen sollen, wie man das Leben hier hieß. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es noch auszuschalten. Ein Schuss, du machst das bewusst. Nicht mehr ernst. Die Weißen sind deutlich, Sargemann. Verdammt der Scheiße. Okay. Was geht ab? Jetzt 14. April 1993? What? Achso, wir spielen jetzt wahrscheinlich die Story nach, oder wie? 15. Uhr, 14. April 1993 in Bosian. Okay, von mir aus. So, das war jetzt wieder ein relativ großer Ruckler. Tut mir leid. Sergeant Anderson und Maddox? Jawohl, Sir. Wir haben in Bosnien die Kacke am Dampfen. Und als Bennings Elite Aufklärungsteam müssen sie beide als Erste ran. Die Stadt Sarajevo liegt unter serbischer Besatzung. Wir erhalten verlässliche Berichte über weit verbreitete Gewalttaten. Die meisten gehen aufs Konto dieses Hurensohns. Major Marco Fladic. Fladics Todestruppen haben systematisch die Zivilbevölkerung im Starigrad-Bezirk ausgelöscht. Bei allem Respekt, Sir. Warum ist dieses Arschloch überhaupt noch am Leben? Die NATO will nichts unternehmen, bis sie der Presse Fladics Kriegsverbrechen zeigen können. Der Sensenmann ist unterwegs und du schickst uns rein, um Paparazzi zu spielen? Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontaktmann treffen. Ein hiesiger Ganova namens Merinov. Er bringt Sie dahin, wo Sie hin müssen. Nehmen Sie Fladics Machenschaften auf Film auf und dann verschwinden Sie mit dem Beweis. Was ist, wenn wir auf Fladics treffen? Sie haben Ihre Befehle, Sergeant. Bringen Sie das Beweismaterial. Dann können wir uns über Fladics unterhalten. Verstanden? Jawohl, Sir. Viel Erfolg, meine Herren. Okay, also wir sind zurückgereist in die Vergangenheit. Da haben wir irgendwie auch Merinov das erste Mal gesehen. Ein Kontaktmann. Das war ja gerade der Typ, der die Biowaffen hatte. Und mal gucken, was jetzt mit diesem Fladics auf sich hat. Startdrücken. Ich bin ja schon ganz gespannt. Ja, kein Problem. Ich habe gehört, dass du diesen Kontakt vorgeschlagen hast. Wer ist der? Nur so ein Gangster. Ein richtiges Arschloch. Hat versucht, uns Katzenpisse-Schnaps zu verkaufen, als wir in Afghanistan stationiert waren. Wir haben gerade auch eine... Guck mal, was für eine Waffe wir haben. Richtig cool. Dann ist er das. Er wird uns zu Vladic führen. Zu beweisen, meinst du? Genau. Achtung, Panzerfahrzeug auf 12 Uhr. Ich korrigiere. Heruntergekommener Post, Sowjetmüll auf 12 Uhr. Die Waffe ist cool. Oh, die muss noch so nachladen. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger. Der wird aber schwer zu treffen. Okay, getroffen. So. Was dumm an der Waffe ist, man hat nur irgendwie 5 Schüsse. Da muss man nachladen. Tötet er ihn? Komm, Maddox. Sehr schön, Maddox. Du bist ja fast so gut wie Dias. Okay. Also, erste Mission haben wir gespielt. Wir wissen jetzt, wie das Spiel ungefähr geht. Wie ist er vom Dienstes? Vorwärts. Gerade ein kleiner Grafikpack. Zwei. Drei Kerle. Einer am Fenster. Zwei draußen. Angreifen, wenn ich Bescheid gebe. Erste Markierung links vom Gebäude. Er raucht eine. Alle machen. Ich hätte jetzt ein bisschen anders hantiert. Ich hätte zuerst den im Fenster getötet. Der Typ mit dem Funkgerät auf der rechten Seite ist der Nächste. Überraschung. Ne. Also, er macht wirklich genau umgekehrt, wie ich es mache. Weil er das Risiko, dass der aus dem Fenster guckt, wäre mir ein bisschen zu hoch. So, alles tot. So, laden wir mal eben nach. Wir haben nur noch zwei Schuss. Naja, Bosnien sind ja eine sehr schöne Gegend gerade, auch wenn der Bahnhof hier ein bisschen heruntergekommen ist. Okay, jetzt wird es creepy. Scheiße, folgt mir. Ja, ich glaube auch, dass wir die lieber flankieren. Oh, das geht? Das wusste ich gar nicht hinlegen. Habe ich jetzt das Reflex gemacht, wegen COD und Battlefield. Aber, hat geklappt, auch in dem Spiel. Okay, dann ist es auf jeden Fall gerade richtig scheiße. Die finden jetzt bestimmt die Leichen, oder? Ja, ich bin ja leise. Halt die Fresse, ich bin hier am Let's Playen, verdammte Kacke. Ja, Gott, sind halt viele Leute. Ach, du Kacke. Soll ich mal schießen? Nur zum gucken, was passiert. Okay, die sehen mich, ne? Zum Glück. Aber ich sehe euch. Okay, ich denke, die bleiben da stehen, die drei. Okay, bloß nicht auffallen. Hm, die würde ich jetzt echt gerne töten, aber geht nicht. Oh, du bist aber ganz schön mutig, so früh wieder zu reden. Ja, was willst du mit den Typen? Oh, 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 oh. Ich will auch da rein, bitte sehr. Kein Bock, dass da doch nachher meine Füße rausgucken und die mich töten. Der Wichser gehört mir. Ja, mach mal, gib mal Gas, der sieht mich nämlich. Geile, geile Kampfkunst auf jeden Fall, den so von den Beinen zu bringen. Ja, ich kann natürlich nicht das zur Seite raus, ne? Ich muss hier weiter runterkriechen, ist klar. Voll fair und so, ne? Okay, auf geht's. Da sind zwei Autos. Sieht aus, als ob sie in die Stadt schingen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Wir sind aber irgendwie nicht feindlich gesinnt, okay. Aber das Bezahlen von Arschlöchern in schmutzigen Gassen etwa? Es steht ja nicht nur darum. Baut und Pilz sind so mächtig wie eine Kugel. Und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Ja, scheiße, es wird schwerer. Halt, das Gebiet unten ist zu dicht, um eine Ballerei anzuzetteln. Wir müssen dort vorbeischleichen. Mir nach, cool. Ja, sehe ich auch so. Ich wäre jetzt aufs Dach gegangen, ne, komm, Spaß. Okay, bückern. Ziel vorne, lass ihn, er steht zu frei. Da sind natürlich jetzt gerade relativ viele Leute. So, ich bewege mich jetzt mal nett. Ich sage an. Ja, dann mach mal. Ich warte auf deine Ansage. Okay, vorbeischleichen ist besser. Wir wissen dann sogar noch nicht mal, wie viele Leute hier gerade genau sehen. Oh, oh, oh. So, der hat mich nicht gesehen, zum Glück. Können wir den messern oder so? Vielleicht. Vielleicht mal probieren. Stopp. Stopp, was? Lass uns gehen, vorsichtig. Okay, der bewegt sich jetzt gerade. Munition voll. Sehr schön. Okay, schnell weg hier. Keinen Bock, irgendwie Ärger zu kriegen oder so. Den kriegen wir eh noch. Pass mal auf, was ich sage. Zwei weitere Männer auf Patrouille. Lass sie vorbei. Ja. Folg mir. Auf geht's. Und niemand hat was mitbekommen. So soll das sein. Sehr schön, das geht. So, jetzt, die können wir wahrscheinlich töten. Die sind ja ganz allein. Ne, oder auch nicht. Mein Gott. Ich hatte eigentlich gedacht, die wären alleine und dann sowas. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Boah, war der Tag knapp. Wie hat der mich denn gehört? Ich weiß es nicht. So, weg ist er. Zack, Messer in den Rücken. Und das war es dann für den. Der sieht die Welt nicht mehr so schön. Und dann steigt er wahrscheinlich hinten. Was ist das? Was ist das denn? What the fuck? Also Feuer. Okay. Ja, Jürgen, was machst du denn? Hä? Scheiße hast du uns geleitet. Scheiße. Ich mach mal knapp, Karl. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Wir kommen jetzt keine kalten Füße, Partner. Karl heißt er. Ich schätze für dich. Oben. Karl, AK, Maddox. So, Kugel in den Kopf. Lass uns einen Zahn zulegen. Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Ja, natürlich schaffe ich das. Und zwar noch. Na, ich wollte noch sagen, am Anfang mit einem Headshot. Aber... Den Kerl links kann man jetzt schnell ummeten. Hui. Das war knapp. Gut, dass ich ja keine Unterstützung mehr hatte. Hätten wir den zuerst gekillt. Mit so einem Schuss, hätten wir verkackt. Also, wir schaffen so einen schönen Doppelkill, aber in einem Zylindert. So, Mission Fotos sammeln geht weiter. Aber ich denke mal, wir töten den Typ. Naja, weil wir sind irgendwie nicht so der Typ für Befehle. Das habe ich schon gemerkt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, was soll man jetzt machen? Bist du bekloppt? Und verkackt. Wacht mal, ich schwöre lieber die. Wechsle mal lieber die Waffe. Wir haben uns gerade auch wieder ein bisschen verbrannt. Okay. Bringe ich da jetzt C4 an? Oh, ja stimmt, war so. C4 anbringen, zack. So, ich gebe mal jetzt mal eben Leben gleich, glaube ich. Okay, ich gehe mal wieder zurück zu ihm. Ich gehe mich, glaube ich, da bin ich am sichersten. Weil hier die Mauer soll es reichen. Und BAM! So, unten nochmal Medik. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich dafür ein bisschen geschickter anstelle.